Das Wichtigste ist einfach, dass man sich davon nicht abfucken lässt. Äh? Das geht manchmal nicht. Manchmal geht es nicht, aber ich meine allgemein gesehen. Ein Team kommt mit auf jeden Fall. Zwei. Jetzt hat er keine Ratschen, man muss an Biet nur hier sitzen. Digga, läufst du? Man trifft mir eine Brandgranate. Da ist schon tot, die hat 100 gefressen. Die hat 100 damage schon. In die Körse. Oh, die ist ja klar. Omni, hier. Arcta Stack, geh weg, geh weg, geh weg. Da ist der Letzte. Zweiersuch am besten, let's go. Oh, 220er gerade verteilt. Wollen wir mal gucken, vielleicht. Vielleicht wird dieser und andere was. Ist hier alles tot jetzt oder was? Nein, nein, Steps Digga. Heil dich, heil dich, heil dich. Oh Gott. Kommt schon wieder was an mit Digga, hey. Kein eins hin. Ein habe ich. 1 ich habe gerade echt ja man sieht alle brutal da vorne ist heute wieder im modus im modus es ist manchmal so dann für eine stunde oder so da geht es auch wieder einfach ist trotzdem nervig halt instabiles internet ist so zufällig ist du willst gerade irgendwas machen auf einmal setzt es sich zurück und du bist wieder immer anders oder so das ist kompliziert verlieren aber wir haben dich da ging der videos geht was geht auch bei uns auf jeden fall ich freue mich hier ist auch dann auch money bei der messe ich habe alles was verschossen ganze pulver verschossen das ist auch eine spitfire drin gewesen wo die battery auch ist mit money ok let's go dein herlum lässt noch auf sich warten aber jetzt schon noch kommen machen wir keine sorgen es wird schon noch kommen früher oder später wahrscheinlich erst später aber es wird kommen die chancen darauf dass man zu früh bekommt sind halt auch echt verschwindend gering das haben wir schon extra so gemacht damit man dollar 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 aus wobei auf einem smurf habe ich den mit 26 oder sowas bekommen und auch bei meiner kommt erst zu season 3 mit 700 ich habe meins nach 3672 stunden bekommen das ist natürlich was war klein ich habe gehört habt ihr gehört wo irgendwo in die richtung kaffee in der zweiten reihe vertragen ist ein portal um können wir durchgehen durchs portal auf jeden fall ich habe die situation schon analysiert das sind wir sicher aber Da ist noch was, Crack und Low as fuck kill der Lifeline. Das war's mit dem Bulls. Das ist so alles wichtig analysiert. Ja, ja. Kurz im Flug den Schlachtplan gemacht. So schnell muss das gehen. Das ist das Wichtigste. Dann haben wir uns alle drin gehalten und dann haben wir auch gute Chancen. Lass es weitergehen. Hast du ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. Und jetzt kann ich mich noch gewöhnen. Ralle ohne Bart sieht es zu geil aus. Ich schüttel gleich noch mein Haar. Läuft die ganze Schose. Aber komm, sei mal ernst. Das war gestern doch ein Hammer Stream, oder? Oh, was ist mit diesem Internet? Wie der Vodafone hier eskalieren, ey. Hat ab und zu mal so Hänger, aber nur so kurz gerade. Mastiff macht diese Runde ja klein aus. Ja, manchmal macht die Mastiff gut einen, aber manchmal nicht. Hier im Building. On mir, hier vor mir. In Link. Noll, Digga. Ramparts GG. Die hat nicht gecrafted, Digga. Das war Ramparts. Die saß an ihrem Turm, Digga. Noll. Im Haus geht's ab. Lass ihn ins Haus pushen. Ach, die kommt da nicht raus, Digga. Man kommt da auch nicht rein. Da ist eine scheiß Kiste in der Dora. Ich glaube, oben ist noch was. Hier. Wo dein Wasser? Hier oben, ne? Sind abgehauen. Die sind durchgezogen. Wohin? Ich habe keine Infos. John. Hinter uns wahrscheinlich. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Steam. Schönen Abend, ich schmeiße auch mal die Kiste an. Oh man, ich werde dich vermissen, Brudi. Viel Spaß bei deinen Runden. Kommst du vielleicht noch später zum Horror-Street? Hast du SID? Ne, 40 Prozent. Chat, 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 chat. Der Stream gestern war schon einer der Besten, glaube ich. Es war glaube ich der beste Stream, den wir jemals hatten. Von allen Werten her. Der war Hammer, der Stream. Hier drinnen, ja. Hier drinnen, ja. Oh shit. Ja, nein, ich mache Kacke hier. Das sind zwei Squad, btw. Das ist ein Rampart im Rampart im Rampart. Ja, das ist ein Rampart im Rampart. Nice, alter. BlackDass, danke für den Follow, herzlich willkommen. Was geht ab, was geht ab, wie geht's dir BlackDass? Erzähl, um welche Plattform bist du am Zocken? Hier, du musst es spawnen. Und welchen Champion, natürlich. Ich lege mit Ballon, stelle dann unten eine Zip hin. Ja. Das letzte Stream. Ich schläge hier noch ein paar Batteries hier unten am Ballon hin, wenn ihr braucht. Ja, ich brauche welche definitiv. Ich spawne, ich spawne, ich spawne, ich spawne, ich spawne. Ich lande hier unten und stelle eine Zip für hoch. Ja. War hat verloren, der musste gestern live on-stream abrasiert werden. Erst hat meine Freundin den abrasiert und dann habe ich ihn hinterher nochmal abrasiert. Hier ist einer oben, Digga. Ich bin grad gesehen, irgendwo hier. Hier unten. Soll ich von hinten rangehen? Ich habe auch noch eine Feuernade. Der zieht durch. Der ist rechts im Building. Ja, bei mir hier rechts. Kommt euch in die Harme. Gott, alter Fett. GGs. Let's go, alter. Starke Runde, stabiles Ding. Die hat Bock gemacht, die Runde, man. Jetzt sind wir wieder in dem Fokus. Den brauchen wir einfach jetzt die ganze Zeit. Wie krass wir jetzt geteamplayed haben auch. Calls waren super. Ja. Pläne waren da, Digga. Dann haben wir gute Chancen. leaned critique. Dann haben wir geond şeyi Gradkrebeten. T pipes. Dann gete ned. unter demöt Daten, raar die Kircheord, sch presse zu Tranquenkan los haben. tegen격 Digby. Vielen Dank.